Der Wagramm. Der Wein, das Leben und das Werk. Das Lebenswerk. Karl Fritsch Senior. Winzer, Qualitätsfanatiker und Visionär am Wagramm. Eigentlich bin ich ein geborener Wiener, aber ich wollte immer da schon leben. Und mit 14 Jahren habe ich mir diesen Traum erfüllt. Es war ein ganz kleiner Betrieb mit Ackerbau, ein paar Viecher und ein wenig Weinbau. In Krems, dem Steiner da, im Brauhofssaal, habe ich zum ersten Mal in Lenzmoser gehört. Der Mann hat mich fasziniert. In Wagramm hat damals fast keiner gekannt. Das eher negative Image hat mich motiviert. Am Wagramm muss was geschehen, da muss es anders werden. Aber nicht irgendein Wein sollte es sein, sondern Wein von höchster Qualität. Aus dem Wagramm. Üblich war es in unserer Region, dass im November nichts mehr dran gehängt ist. Aber wir haben unsere Qualitäten, haben wir erst am 15. Award gelesen. Karl Fritsch Senior. Qualitätsfanatiker schon in den frühen 60er Jahren, als anderswo der Quantität gehuldigt wurde. Es hat gar nicht lange dauert, haben sich die ersten Erfolge eingestellt. Bei Weißburgunder und Grüner Wettliner Höchstbewertungen im Spitzenfeld. Was mich besonders ermutigt hat, war bei der Eröffnung des Klosers Hund, haben alle Gebiete einen Wein erreichen können. Und siehe da, ein Wagramm, ein Riesling hat den ersten Preis gemacht. Da haben alle nur so geschaut. Unermüdlich vom Qualitätsgedanken getrieben. Für seine Vision für das Weinbaugebiet Wagramm. Und höchst erfolgreich. Gründer der Wagrammer Selektion im Jahre 1989. 50 starke Winzerpersönlichkeiten unter einer Marke. Weine nicht von innen kontrolliert, sondern von externen Topfachleuten. Für viele Väter, aber ganz besonders für mich, ist es der größte Lohn, wenn die nächste Generation erfolgreich an der Basisarbeit ihrer Väter weiter wirtschaftet. Dankeschön. Und ich glaube, Sie können einen guten Tag machen. Der Weinberghof Fritsch 2015. Geführt von Sohn Karl Fritsch. Biodynamisches Respektweingut und vier Kronen Topwinzer im Winaria Weinguide. Qualitätsweinbau ganz im Sinne des Vaters. Das Werk eines Mannes. Das Lebenswerk. Karl Fritsch Senior. Winzer, Qualitätsfanatiker und Visionär. Und Träger der Winaria Trophy 2015. Kategorie Lebenswerk. Lebenswerk. Untertitelung des ZDF, 2020